Hallo Leute und herzlich willkommen bei meAppleCat. Heute gibt es ein Déjà-vu. Und zwar habe ich in Zyria gefunden, den kostenlosen Tweak Barrel 2. Und den habe ich mir auch runtergeladen. Und siehe da in den Einstellungen. Barrel 2 ist quasi Barrel. Nur das Ganze kostenlos. Ihr könnt auch hier die verschiedenen Effekte auswählen. Ich nehme mal Curl and Roll Away. Und ihr seht, das Ganze funktioniert in gewohnter Qualität. Ganz wie bei Barrel eben üblich. Dann hätten wir hier noch zum Beispiel den Vortex. Auch der funktioniert wunderbar. Ich zeige euch noch einen dritten. Zum Beispiel Page Slide Up. Alles läuft ganz flüssig. Das ist Barrel 2. Erhältlich in der Repo. Namen habe ich vergessen, aber ich schreibe es euch unten in die Beschreibung mit rein. Probiert es einmal aus. Barrel 2 kostenlos erhältlich in Zyria. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein hier bei meAppleCat. Bis dann. Tschüss. MeAppleCat.